Wir haben uns viel vorgenommen fürs Turnier, das erste Spiel, denke ich, war gut zum Reinkommen. Auch da haben wir gezeigt, dass wir gut nach vorne spielen können, unsere Tore machen. Jetzt gegen Serbien mit dem 6-1-Sieg ist es natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch am Tag danach das Spiel gewonnen zu haben, die drei Punkte eingesammelt zu haben und jetzt in der Gruppenphase nur noch ein Spiel zu haben, wo wir natürlich auch noch gewinnen wollen und dann die Gruppenphase überstanden haben, was halt unser Ziel war, ins Halbfinale zu kommen. Und ich denke, nach dem sind wir auf jeden Fall einen Schritt näher bekommen und auch die Art und Weise, wie wir spielen, denke ich, gefällt vielen Leuten zuzuschauen. Natürlich ist diese Stimmung momentan gut nach den beiden ersten Spielen, wo wir jetzt auch die maximale Punkteausbeute mitnehmen konnten. Es gibt uns natürlich schon auch Selbstvertrauen jetzt für das letzte Gruppenspiel, aber wir wissen natürlich auch, dass an diesem Spiel auch noch extrem viel hängt, dass noch alles passieren kann und dass wir auch wieder mit 100 Prozent in das letzte Spiel gehen müssen. Da war sogar vorm Start einfach eine gute Stimmung, wir haben eine gute Mannschaft und wenn man so gewinnt, dann ist es einfach super. Alle sind auf einer Wellenlänge, man will Fußball spielen, man will natürlich auch Erfolg haben. Das darf man natürlich nicht vergessen, da steckt auch immer harte Arbeit hinter und zurzeit klappt es natürlich gut.